Ich teste jetzt was. Weiß noch nicht, ob es gut ist. Und ob wir ungeschadet davon kommen. Aber ich habe gehört, Hunde sind dumm. Also diese Hunde. Und ich habe sie auch schon. Das muss das Weißenhaus sein. Hunde sind echt in diesem Spiel ja gar nicht mal gefährlich. Also die Hunde im Original waren wesentlich gefährlicher. Und selbst die waren ein Witz. Ist Sherry oben? Ich habe den Anhänger. Ich will mich nur vergewissern, ob sie hier oben ist. Sherry? Wo bist du? Obwohl... Ist ja auch egal, ob sie hier ist oder nicht. Ich glaube nur nicht. Sie ist hier nicht. Die paar Minuten können wir wohl mal ein bisschen da rumlaufen. Mission sammeln. Wir haben alles gebrauchen. Leuter vielleicht machen will. Ist nichts mehr. Ob wenn ich die eingestelle. Wieder. Also siehst du... Ist sie im Kinderzimmer? Hat sie sich wieder nach oben verkrochen? Ach, da kommt man doch eh nicht mehr hin. Stimmt. Dieser Ort war also nur um einen Muni zu holen. Bin ein bisschen angespannt, aber ich weiß nicht mal warum. Selbst Mr. X ist eigentlich ein Witz. Hallo. Hallo. Deine Schuld. Zu trödelig. Oh Gott. Verdammt William. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Die Reaktionen, die man bei Ethan vermisst hat, kommen hier deutlich mehr zur Geltung. Dann. Du bist nichts gut. Sherry, Sherry, wo bist du? Sherry, Sherry, Lady. Ich bin gleich da. Los, los, los. Claire, erst hinter mir. Nicht anhalten. Schnell. Lauf weiter. Sherry, komm schon. Wo ist dein Hut? Ich habe ihn nicht runtergeschossen. Ich habe ihn nicht runtergeschossen. Daddy! Was ist das? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Tschüss. Jetzt sind wir in der Kanalisation. Theoretisch. Claire. Du müsste ich in 0, nix eigentlich durchsagen, ne? Aber ich versuche wirklich nicht jetzt den, äh... Claire, du musst aufstehen. Er wird uns kriegen. Es langen Lauf zu schaffen. Weil... Ich will ja noch die Schätze sammeln. Dafür lege ich halt auch noch einen weiteren Spielstand an, um zu sehen, wie schnell ich war. Und wo ich noch Zeit sparen kann, wenn ich den Spüren... Spüren... ähm... Spielstand lade. Sherry... Wo ist Sherry? Sherry... Sherry geht's gut. Sie kennen Sherry? War ein beeindruckender Kraftakt. Was ist mit ihr? Wir müssen die Lager einschätzen. Wer sind sie? Ich bin Claire. War nicht vorherzusehen. Sagen Sie mir. Wo ist sie? Hallo? Was? Oh. Annette. Sag mir. Was ist mit William? Ich weiß nicht. Wer? Wer ist das? Die Kreatur, die das hier verursacht hat. Was? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich eine ins Deutsche stimme, oder? Ach ja, Szene, ne? Hab ich vergessen. Wo gehen Sie hin? Hör zu. Für Fragespielchen habe ich keine Zeit. Alles ist unter Kontrolle. Ich muss Sherry finden. Meine Tochter geht dich nichts an. Hm. Ich muss aber sagen, die Spiechen ist auch nicht schlecht. Also, alle drei, die ich bis jetzt gehört habe, sind nicht schlecht. Mary, ist Ihre Tochter? Oh, hier kann ich runter. Ist ja nicht schlimm, wenn ich da runtergehe. Bäm, ist doch schlimm. Scheiße! Da oben war noch was. Aber wenn's... Kannst du mich hören? Auch wenn's Muni ist. Ähm. Ich glaube, jetzt treffen wir das erste Mal so ein Monster. Wir haben Sven getauft. Deine Klopfer hat mich ein. Ei, Sie müssen alle rennen. Sie müssen alle rennen. Ich sanse. Na, es kann ja auch nur so gehen. Ja, das geht. Es liegt mir nicht so gut, ist es auch nicht so. Ich bin es nicht so. Be phasesjuszt. Aber ich bin es保flich. Euhm, ich bin es heute, mir ist das. Ich bin es gerade vor soweit. Ich bin es eben. Und, ich bin es nicht so. Theoretisch brauch ich ja nur zwei Sachen. Oder ehrlich gesagt, drei Sachen. Chris! Stick dran! Hey, jetzt hat er doch dein Bein! Ah! Wassup? 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 Mach doch die Frunze wieder an! Ich hab das Spiel doch gar nicht, also zumindest noch nicht runtergeladen. Ist das krass los? Schein. Warum bist du nicht im Haus geblieben? Da warst du sicher. Hey, Sherry. Ich hatte Angst. Diese Dinger waren überall und... Bei sowas rufst du die Polizei. Das hatten wir dir gesagt. Hab ich, aber es kam niemand. Und du hast dich abgehoben, also... Sherry, ich kann jetzt wirklich nicht. Also irgendwie kann ich verstehen, dass Sherry es total egal ist, dass ihre Mutter ja hier in dem Teil gestirbt. Ranggranaten nehmen wir mal. Obwohl, die brauche ich für die Pflanzen, ne? Brauche ich erst mal nicht mehr. Ich hab nämlich das Schöne hier. Ich habe schon Angst, dass ich's nicht... So, warte. Motion, 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 Motion. Wo ist das zum Speichern? Da ist sogar noch mehr Munition. so den Steckerfug er ist DIE Steckerfug sorry es gibt ja ähm Es gibt ja drei Stecker. Wir müssen hier woanders aus. So, hier kommt es. Das Ding müssen wir noch rufen. Ich finde es gut, dass man es damit rufen kann. Ich finde auch, wir haben genug Pistolenmonition, ne? Wir können rumballern. Kein Boss werde ich mit einer Pistole verprügeln. Never. Zwei, zwölf, acht. Das ist aber für die SS wieder. Das finde ich irgendwie schwachsinnig. Oh, ne, der wacht ja auf. Stimmt. Den will ich nicht wecken. Nur für ein blaues Kraut ist das sinnlos. Ich finde aber immer noch... Also... Diese Benz, nennen wir sie mal. Bist du auch tot? Die sind ja der Ersatz für die Spinnen. Hast du die Muni? Du willst doch noch. Keine Granaten verschwenden. Hier ist ein gutes Traum. Und dann mit. Da, wo ich hingehe, können wir gut gebrauchen. Hier geht's so lange, ne? Boah. Auf zu den Benz. Ach, wir haben das Ventil noch nicht. Okay, da noch nicht drauf. Wo ist das Ventil nochmal? Scheiße. Jetzt fängt's schon mal an, äh, wo ich, äh, nicht mehr so ganz weiter weiß. Wie gesagt, bei mir ist es viel dunkel als bei euch irgendwie. Wie komischer war. Warte mal. Natürlich. Wo sollte die Kurbel denn sonst liegen? Wenn ich hier... Ja, ich weiß. Dafür brauchen wir Sherry. Ja. Mir fehlt ne Minimap oben angezeigt. So, soll ich erstmal an diesen vielen Dingern vorbei, oder soll ich sie mit der... Ach komm. Wir haben ne MG. Oder ne MP. Oder ne MP. Oder was auch immer. Nieder mit dem Gesocks. Ist es schlau, die da mit zu töten? Ich spar die Brandplanaten jetzt leider zu sehr. Ich weiß, die sind nämlich feuerempfindlich. Den Schlüssel brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Und wo führt das eigentlich hin? Okay. So, ein externe Tür, okay. Okay. Okay, ist das... what's the mission? Okay. Okay, ist das... Oh! Weckiges Mistvieh! Oh, hier ist geplatzt. Messer wieder her. Okay. Das war ein Fehler. Weiter. Alter, willst du mich verarschen? Wisst ihr was? Machen wir es anders. Das war mir jetzt geradezu viel Munitionsverschwendung. Es nützt nichts, solange der sein Auge nicht zeigt. Holy shit, wie viel frisst der bitte? Ganz ehrlich? Die waren ja früher im Dingsen Boss, ne? Im Original waren die im Boss. Da fressen die nicht so viel. Vom Säure-Dringer kriegen wir neue. Hier. Ich habe ja noch Schießpulver. Und ich soll auch wieder Zombies erschießen. Und ich soll das nicht sagen. Ich habe ja noch Schießpulver. 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 Ich habe ja noch Schießpulver.